Die Behandlungseinheit hat mehrere Sicherheitsfunktionen. An der Rücklehne, an der Speischale, der Bügel am Fußschalter, die Trittplatte, das Fußende der Sitzbank, sowie am Assistenzelement. Ist eine Sicherheitsabschaltung wegen Blockade aktiv, blinkt am Assistenzelement eine entsprechende LED. Am Arztelement weist ein Ausrufezeichen auf die Blockade hin. Ist eine Sicherheitsabschaltung aktiv, lässt sich der Stuhl nicht mehr bewegen.